An einem der drei Mikrofonen muss das bitte tatsächlich kurz erfolgen. Ich musste da erstmal durchkommen überall. Ja, ich stehe zur Verfügung. Vielen Dank. Dann frage ich noch einmal, ob es weitere Vorschläge oder Kandidaturen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, was der Fall zu sein scheint, dann darf ich Sie bitten, mir mit der blauen Stimmkarte das Schließen der Kandidatenliste anzuzeigen. Die blaue Stimmkarte, wenn Sie die Kandidatenliste schließen möchten. Dankeschön. Gegenruf mit der roten Karte. Enthaltungen. So, auch hier haben wir, dann ist die Kandidatenliste geschlossen, nur eine Kandidatin, das Auslosen der Reihenfolge kann deshalb entfallen. Wir warten ganz kurz, bis sich hier vorne der Medien- und Gratulationskost ein wenig beruhigt hat. Das ist aber schon auf dem Weg. Acht Minuten Forschungszeit gibt es gleich. Und vorweg natürlich die Pflichtfragen. So, dann fangen wir mit den Pflichtfragen an. Und dann enthielte ein polizeiliches Führungsfolgen des Einsparungen an aktuelles? Nein. Waren Sie vor der AfD Mitglied einer anderen politischen Partei? Wenn ja, welcher? Nein. Und dann die beschlossenen einheitlichen Fragen. Seit wann und in welchem Landesverband sind Sie Mitglied unserer Partei? Ich bin seit 2013 Mitglied in der AfD und im Landessverband Baden-Württemberg. Die zweite Frage besteht ein. Gemäß § 19 Absatz 6 Bundessatz und nach einer etwa erfolgreichen Kandidatur, ihrem Amtsantritt im Bundesvorstand ausschließend entgeltes Beschäftigungsverhältnis a zu unserer Partei oder zu einer ihrer Gliederung oder zu einer ihrer Satzung gemäß einer Kandidatenvereinigung, b. Z. zu einem Abgeordneten oder zu einer Litigationsfraktion unserer Partei im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag, im Landesparlament, Z. zu einem anderen Mitglied des Bundesvorstands oder zu einem Jörg eines Landesvorstands unserer Partei? Zum Besuch? Nein. Ich habe die Frage nicht. Finden Sie sie mit der Zahlung Ihres Mitgliedsbeitrags im Verzug oder mit der Zahlung Ihres Ad-Written mit Mandatsträgerbeitrags im Rückstand? Nein. Dann haben Sie jetzt bis zu acht Minuten Zeit für Ihre Vorstellung, bitte. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte meine Bewerbung um den Vorsitz dieser Partei einmal damit beginnen, was ich nicht bin. Ich bin keine experimentierfreudige Kinderbuchautorin. Ich bin keine Studienabbrecherin und ich lasse mich nicht und schon gar nicht die Mitglieder dieser Partei als Nazis beschämt. Ich bin Alice Weidel, habe ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und ein Studium der Volkswirtschaftslehre absolviert und auch bestanden. Das muss man im politischen Betrieb heutzutage ja mit dazu sagen. Im letzten Studiengang der Volkswirtschaftslehre habe ich promoviert und ich habe meinen Weg durch die Finanzwelt gemacht, international. Ich bin 2013 zur Alternative für Deutschland gekommen. Bei der Bundestagswahl 2017 kandidierte ich zusammen mit Alexander Gauland und eine Legislatur später mit meinem geliebten Timo Obala. Noch einmal. Ich hatte eigentlich auf deinen Antrag gewartet, aber der kommt ja dann nachher. Nachher sind wir ja alleine unter uns. Seit nunmehr sieben Jahren führe ich zusammen mit den jeweiligen Co-Vorsitzenden die Bundestagsfraktion. Seit immerhin zwei Jahren bin ich zusammen mit dem geliebten Tino, Bundesprecherin dieser unserer Partei und macht das mit Freunden. Im Jahr 2015 wurde ich erstmalig in dieser Halle, an diesem Ort, in den Bundesvorstand gewählt. Ich bin neun Jahre im Parteivorstand. Ab 2019 war ich stellvertretende Bundessprecherin, danach Bundessprecherin und ich bewerbe mich heute für eine weitere Amtszeit als Bundessprecherin. Wir als Partei fangen nämlich jetzt erst so richtig an, Geschichte zu schreiben und dafür möchte ich mich gerne zusammen mit Tino zur Verfügung stellen. Als Partei bewegen wir uns auf 50.000 Mitglieder zu. Das Mitgliederwachstum ist ungebrennt. Und es ist mir ein Herzenswunsch, diese 50.000 so schnell wie möglich zu erreichen. Als Partei haben wir in den vergangenen zwei Jahren viele Projekte auf dem Weg zur Professionalisierung angeschoben. Eine Schulungsakademie wurde aus der Taufe gehoben. Wir konnten Mediatoren gewinnen, um unsere internen Konflikte beizulegen. Wir mussten Schlachten in Münster gegen den Verfassungsschutz schlagen. Diesen politischen Kampf werden wir fortführen. Und auch hier an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön an Roman Reusch, der sich dort so gut für die Partei angebracht hat. Vielen Dank über die Hand. Der Bundesvorstand ist in den vergangenen zwei Jahren in ein deutlich ruhigeres Fahrwasser gelangt. Die mittlerweile regelmäßig etablierten Telefonkonferenzen und mehr noch Präsenztagungen mit den Länderchefs, jetzt vorher übrigens nicht gegeben, haben zu einem stärkeren Austausch untereinander geführt. Die Strukturen unserer Partei, das Gerüst für unser Haus AfD, haben sich dadurch auch gefestigt. Das Fundament steht weiterhin unerschütterlich. Der Austausch im Bundesvorstand untereinander hat sich professionalisiert. Der Austausch mit den Länderchefs hat sich erheblich verbessert. Wo ich momentan Handlungsbedarf sehe, und das kann und möchte ich auch nicht verhehlen, ist in der Kommunikation. Bei der Kommunikation in die Partei hinein, aber auch nach außen müssen wir unbedingt besser werden. Das habe ich mir vor allen Dingen persönlich in mein eigenes Lastenheft geschrieben und es soll ein Schwerpunkt meiner weiteren Amtszeit sein. Wir alle kommunizieren nämlich, Mandatsträger, Funktionäre auf Landes-, Kreisebene, aber wir erklären noch zu wenig. Und das ist eine Lehre, die ich in den vergangenen Wochen für mich persönlich bezogen habe. Auch ich, wir müssen besser werden, miteinander zu kommunizieren und zu erklären. Einen weiteren Teil meiner Amtszeit möchte ich nutzen, um diesen unsäglichen sogenannten Brandmauern einzureißen. Wir haben diese Mauern nicht errichtet, aber wir wollen keine undemokratischen Brandmauern in Deutschland haben. Sie nützen nämlich nichts. Es brennt bereits lichterloh in unserer Heimat. Nichts ist mehr, wie es war. Unsere Sicherheit, unser Sozialsystem und unsere Wirtschaft geraten aus den Fugen. Wir brauchen keine Brandmauern in diesem Land. Was wir brauchen, ist mehr Demokratie. Die politische See wird noch rauer werden. Wir werden noch viel aushalten müssen. Und ich möchte einen Bundesvorstand vorsitzen, mit dem ich zusammen mit meinem geliebten Tino in die Planung für den Bundestagswahlkampf 2025 gehen möchte. Ich möchte den etablierten, konstruktiven Austausch mit den Landesverbänden fortführen und die Parteistrukturen weiter festigen. Ich möchte, dass die Menschen in Deutschland unsere Programmatik kennen und uns an dieser messen, sich aber nicht von Kampagnen der anderen Parteien und des Mainstreams leiten lassen. Und dementsprechend möchte ich sehr gerne die Alternative für Deutschland, unsere geliebte Partei, weitere zwei Jahre auf diesem Weg führen und bitte um eure Zustimmung. Und ich bitte darum, mich auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Ich bedanke mich. Applaus Applaus Applaus